Die Physik hat ein Riesenproblem, keiner traut sich dran zu sagen, wer der Schöpfer ist. Die Physik hat ein Riesenproblem mit dem Begriff der Intentionalität. Nur weil es uns real erscheint und wir die Dinge anfassen können, das können wir im Traum auch. Es ist genau wie hier. Nur wenn man drüben sagt, das ist real, dann ist das hier der Traum. Es gibt viele Ebenen in der geistigen Welt, wo wir weiter unsere spirituelle Entwicklung machen können. Es finden Wahrnehmungen statt, zwei Minuten, drei oder sogar noch mehr nach einem Herzstillstand. Das ist sehr erstaunlich. Das können wir eigentlich mit unserer heutigen Auffassung einer Hirnfunktion nicht erklären. Überall da treten Anomalien auf, die man über feinstoffliche Effekte mathematisch, quantitativ erklären kann, während sie in der heutigen Zeit einfach Anomalien sind. Hunderttausende Menschen berichten und die Wissenschaft stellt sich stumm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020